...Knochenbrüche und so, ich hab schon Ahnung, wirklich ganz erfahrene Leute. Man muss sagen, wenn man aber sich mit Operieren allgemein auskennt und ganz gut operiert, ich operiere ganz viel Knochenbrüche und so, ich hab schon Ahnung, dann sollte das eigentlich technisch überhaupt kein Problem sein, die Operation. Vielleicht muss man... Ah! Ah! Nein! 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 Ah! Fuck you! Jetzt haben wir noch ein schnelles Beib bladder, oder? Das war's. Das war's.